hohoho und hallo in clash of clans es weihnachtet sehr wie man sieht es schneit und haben eine kleine juwelenkiste und die weihnachtsbäume wir haben gleich zwei stück einen werde ich mir auf jeden fall behalten und den anderen werden wir abbauen und meine lager sind komplett voll also müssen wir irgendwas machen damit die sind auf 6, die sind auf 6, die sind auf 6 ja ich glaube ihr habt das schon im clash of clans video gesehen ich spreche es besser noch mal an ja die mein kanal ist ein jahr alt geworden am 14.12.2018 habe ich meinen kanal erstellt ja ich habe erst etwas später ein video hochgeladen aber heißt nicht das heißt nicht dass mein kanal nicht ein jahr alt ist so es gibt auch eine kleine überraschung nämlich bis heilig abend also zehn tage lang kommt jeden tag eine folge raus darunter ist natürlich auch clash of clans ich werde versuchen mein ratos auf level 5 bringen zu können und ich wurde befördert ok ja auf jeden fall werde ich dann einige videos hochladen zwei davon werden garantiert clash of clans sein dieses wochenende und nächstes wochenende und hier unsere meisterhütte mache ich gerade ich kann nichts anderes mehr machen ich kann nicht mal hier ähm hindernisse weg machen ich brauche rathaus äh meisterhütte level 3 ja dann entfernen wir mal ein paar sachen oder ich gebe erstmal gold aus das ganze schöne gold ich skipp das mal kurz so da bin ich wieder habe jetzt verbessert ich habe hier etwas habe ich gerade erst bemerkt klebe 06 ist dass sie mir lächen hinzufügen melenrider mr simulation ja damit werden es schon ein paar mehr freunde die ich habe und ich bin letzter von allen die überholen wir irgendwann alle keine sorge leute so dann wir haben noch schild wird sagen wir mal erst mal training ballon parade entsende mehrere ballons um verteidigung zu überwältigen denn erste priorität ist die luftabwehr entsende mehrere gruppen um den flächenschaden durch fallen und magiertürme zu begrenzen ja ok oha da war noch eine luftbombe drin und meine lager sind voll ja genau und fehlt nicht mehr viel und welcher sammler gelebt als letztes ich glaube der da oha das war aber knapp und fertig dauert mir zu lange so ich habe gerade ein bisschen leiser gemacht deshalb hat es vielleicht ein bisschen gestört 11.000 und 1.000 so was machen wir jetzt damit mit dem ganzen elixier ein paar lager können ja nicht schaden greifen wir mal hier ein paar mal an damit wir mehr loot bekommen ah hat nicht geklappt ich wollte dass die auf die doppelkanone gehen weil die ist schon stark muss man sagen aber 50 prozent ist doch schön und verloren ja gut so das dauert hier noch ein bisschen ah stimmt ja hätte ich jetzt machen können Mist naja egal dann machen wir machen wir noch ein paar Hindernisse und greifen nun mal die kugel an wachtturm oder unbewegliches objekt ich mach das als erstes und jetzt die ganzen boogies hinterher Oh, oh, das haben die nur ganz knapp überlebt. Die haben kaum Leben. Und das kann auch noch knapp werden. Kommt schon, jetzt zwei Riesenhaut da drauf. Boogie hilft ihm. Und, oh mein Gott. Das, das, der, oh. Der Riese hat es nicht geschafft, die Kanone kaputt zu machen. Traurig. So. Ich könnte natürlich die Ballonparade machen, aber 1750. Das ist ein bisschen viel, finde ich. Haben wir noch nicht genug Geld. Ja, dann, ähm. Fort Knops. Was auch immer das heißt. Okay, da muss ich nicht unbedingt angreifen. Das, hm. Ja. So. Da bin ich wieder. Gampa. Ein paar Ballons mehr. Aber, ähm. Ich greife erstmal hier an. Kann ja nicht schadenvolle Lager zu haben. Mad Gaming. Smiley. Okay. So, und jetzt holt euch die Meisterhütter. Komm, das schafft ihr. Ja. Und jetzt noch den Bogenschützenturm. Ah, nein. Das wird nichts mehr. Schade. Egal. Zwei Sterne. Und 70%. Aber die Gegner holen immer 100. Das tausche ich mal kurz. Ähm. Das tausche ich mal kurz. Ähm. Ja, das ist nicht anzunt. Dieser doofe Baum hier, der kann da nicht weg. Ja, das ist doch schön. Schön die Doppelkanone in der Mitte, damit da keiner rankommt. Können wir das wieder anschieben? Oh, ähm, ups. Egal, ist eh fertig. Noch davor. Das dauert eine halbe Stunde, das dauert weniger als eine halbe Stunde. So, die Truppen sind fertig. Ähm, nein, da wollte ich nicht hin. Einzespieler. Ich kenne übrigens viele Leute, die überhaupt gar nicht die Kurwälder angreifen. Ich frag mich warum. Guck mal, 15.000 Gold und Elixier. Es lohnt sich für mich jetzt total. Für einen Rathos Level 9er lohnt sich das überhaupt nicht mehr. Und gescheitert. Ähm, vielleicht sollte ich zwei, drei Riesen mitnehmen oder so. Also versuchen wir es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 und ich hab kein Elixier mehr. Okay. Das ist natürlich jetzt doof. Greifen wir hier nochmal an. Nächste Folge haben wir dann Meisterte Level 3. Ähm, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ich weiß nicht, wie ich die Kanone angreifen soll. So, vielleicht. Ja, 100%. Ganz leicht. Oh, ähm, der schaut gerade zu. Der hat scheinbar nicht so viel geholt. Perfekt. Ja, wir haben es geschafft. Champion Bauarbeiter. Gewinne 200 Trophäen in Duell. Ja, gut. Ähm, viel mehr können wir jetzt gerade nicht machen. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da und Abo, um nichts mehr zu verpassen. Vergesst nicht, hier auch mal, äh, im Clan vorbeizuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.